So, einen haben wir noch und er möchte 200 Kilo. Aber stellt mal erstmal ein Loch höher. Ein Loch höher, ne? Das heißt, ein Loch höher. Zwei Loch höher. Der Walzer hängt alleine raus, der kriegt seine Höhe eingestellt. Die Höhe ist okay, ja? Und auch hier kommen 200 Kilo, 4 Zentner auf die Hand. Und der nächste Athletik, der ist 59 Jahre alt. Walzer Kohler aus Köln. Mehrfacher Deutscher Meister, Weltmeister, Europameister beim Bankdrücken. Über 200 Webkästen schon beim Bankdrücken beschnitten. Jahrelang dabei. Bei der ersten deutschen Meisterschaft schon am Start gewinnen. Vor über 30 Jahren. Die 20er und die 50er. Er wiegt heute 122 Kilo. 59 Jahre alt. 200 Kilo für den ersten Versuch. Walzer Kohler aus Köln. Walzer Kohler, 200 Kilo für den ersten Versuch. Ein bisschen rüberziehen. Der Walzer hängt alleine raus, deswegen muss das genau liegen. Auf geht's. Walzer Kohler, 200 Kilo für den ersten Versuch. Start. Riss. Ab. Das ging sogar von der Brust. Auch der Walzer fasst extrem eng. Das geht dann meistens von unten gut raus. Aber die letzten Zentimeter, das haben wir von meinem jungen Mann auch gesehen, die sind dann halt schwer. Mal gucken mal. Ob wir sich noch durchkriegen, brauchen wir uns mehr zu zeigen. So, wir gehen in die zweite Runde. Wir reduzieren auf 72. Erstmal alles runter. Das war flunk, ja? Ja. Alles runter bis zu rum.